So Leute, zurück und ich suche Säulen. Säulen! Für einen Chemiker wie mich heißt Säulen eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Und nochmal Energie. Also wenn ich immer hoch und runter gehe, kann ich ganz viel Energie bekommen. Wo ist denn hier eine Säule? Schlipfst du auch mal irgendwann? Nein. Hier waren wir aber schon. nochmal die olle bombe jetzt hier sagt hier ist keine säule hier ist keine säule so wie sind wir am anfang schein es gar nicht solle zu geben so richtig hier gibt es eine da wo ich hin wie waren das nochmal das noch um ach man wie oft denn noch diesen scheiß so hoffentlich falle ich nicht noch mal runter schnell weg kann ich nämlich hier unten hier ist eine säule aha und die kann ich wie ich zerstöre durch bombe oder durch was ne durch gegenrennen ne kraft ammann oder durch hier ist das ding hinterhaken ähm komm ich hier hinten da lang ja aber bringt mir das was hier ist noch eine säule ähm wie zum teufel soll ich sie zerstören das klappt auch nicht wenn noch mal dagegen aber ich glaube das klappt einfach nicht na 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 ein schild ne ich wegschieben ne äh okay ich gucke mal nach was wir machen müssen und dann bin ich wieder da bis gleich soo ich weiß was ich machen soll tja darauf soll man mal kommen mhm nein ich muss jetzt nicht hier zurück sondern ich muss nach oben könnt ihr euch noch ähh was mache ich kann euch bestimmt noch an den Raum erinnern ähm wo die schöne fette Eisenkugel da und wenn ich nicht oder ich nicht wusste was wo ist meine Waffe ojejejejejeje ich brauch wieder Energie Energie keine scheiß Rubine hier geht's schon wieder nach oben nach oben wollte ich da gar nicht ne Ich will erst mal hier unten alles fertig machen. Ja, ja, es dauert noch, es dauert noch. Und zum 97.000 Mal dürfen wir uns gegen diese Plattenwehren hier. Wunderbar, wir sind fertig. Ich hoffe, dass das alles auch okay war. Die Frage ist, wo war der Raum? Welches Stockwerk bin ich überhaupt? Zweites. Da muss es doch irgendwo gewesen sein. Hier ist er. Okay, dann brauchen wir das Armband. Und dadurch. Säule. Nein! Och, es ist doch zum Kotzen! Da habe ich es einmal geschafft und dann ist... Da kommt da so ein scheiß Blubberblub, ey. Mann! Ich habe ja sonst nichts zu tun. Scheiße für ein Arsch hier, ey. Kacke. So, wieder beruhigen. Ich bin da schon wieder da. Und euch mache ich gleich mal tot hier. Ach, den habe ich leider noch nicht tot gemacht. Ich gehe wieder zurück und mache den tot. Jetzt aber... Jetzt bist du dran. Was denn Quatsch? Da muss ich jetzt... Scheiße. Drüber. Hoffentlich bleibt die da auch jetzt. Energie ist ganz schön weit unten. Och, Mann! Gut. Vorsicht. Ah, springen. Och, Energie. Energie ist ganz wichtig. Und dem Blubb gleich tot. Sehr gut. Eigentlich waren wir doch hier richtig, oder? Wie komme ich denn da jetzt hin? Oh, wenn ist denn dieses Ding endlich mal vorbei, ey. Das nervt ja schon ein bisschen. So, da muss ich jetzt rüber. Wie komme ich da rüber? Überhaupt nicht. Da komme ich wieder runter. Hier war noch nix, ne? Hier war noch nix, ne? Cool. Nein, keine Aufregung, Herr Stutz. Und schon wieder hier. Und schon wieder Energie für mich. Und schon bald ist meine Energie wieder oben. So kann man es natürlich auch machen. Alles geplant, sage ich euch, ne? Schon wieder. Was muss ich... Wie komme ich denn jetzt nochmal da hin? Also, ich stelle mich gerade etwas doof an. Hallo? Ach, ich wollte mal den... Ah, jetzt hab ich... Ich hab's raus. Hoffe ich jedenfalls. Na, ich hab's raus, wie ich meine Energie aufladen kann. Jetzt aber. Oder auch nicht. Ne, es war alles wieder falsch, was ich gemacht hab. Ach, Mann. Nicht frustriert sein. Einfach weiterspielen. Müsste doch eigentlich die Zeit reichen, oder? Wenn ich hier durchlauaufe. Ja. Irgendwie rafi ich es nicht. Bin schon wieder hier. Lass mich einfach mal fallen hier. Und kann denn hier hoch. Ja. Der Sturz hat's geschafft. Und darf sich jetzt schon wieder mit diesen Pennern hier rum ärgern. Ah, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, ich wusste, es wusste, Mann. Scheiße, ihr. Los jetzt noch mal Ja Schon wieder Ich weiß Ich ärgere mich einfach gar nicht mehr darüber Das ist vielleicht das Beste was ich tun wollte Ich stelle mich jetzt einfach mal hier hin Die Zeit ist schon wieder um und ich bin wieder kaum vorangekommen So Wie kriege ich denn die da jetzt hin Weg ist sie Ich bin wieder Ich bin wieder